Oh Gott, ein schnurziges Willkocken. Willkommen zurück. Ich habe mich hier hergeportet. Zack, wurde ich erst mal angegriffen. War nicht so angenehm. Huch! Der war gerade einfach mal bewusstlos. Ja, und da war der Baum im Weg. Oh ja, den haben wir schon. Oh! Macht... Oh, wow. Das macht ja mal sowas von kein Damage. Der Arme wird voll umgeboxt. So, den Hirsch haben wir auch schon, glaube ich. Ja, das müsste hier eigentlich gewesen sein mit diesem Fuchs nachts. Bin mal gespannt, ob ich jetzt immer noch friere. Oh, was bist du? Oh, ein Chili! Hier oben, mit Level 30. Yay! Nein! Wieso kommen die alle zu mir? Lass mich doch in Ruhe. Ich mache doch überhaupt nichts. Ich mache doch gar nichts. Was wollt ihr denn? Ihr seid am Arsch der Welt. Ja, Junge, kannst du dich mal entscheiden, wen du angreifen willst? Der andere ist schon halb tot. Nimmst jetzt aber doch einen anderen. Prima! Ja, komm, Box, den weg! Ich habe momentan nicht ganz so viel Bälle. Da möchte ich nicht unbedingt Viechers fangen, wie ich schon habe. Oh! Viel Fleisch. Also ich glaube, für diese hohen Stufen ist das Quatsch. Eingewöhnete Jumbo-Eier. Jumbo-Eier sind immer gut. Da ist immer was Stärkeres unter Umständen drin. Es tut mir leid, liebes Reh. Oder Hirsch. Oder Hirschlein. Es tut mir echt leid. Aber wenn ihr uns angreift, da seid ihr dann leider selber schuld. Muss ich euch gestehen. So. Kälte. Sagt noch gut. 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 Jetzt hätte ich aber gerne die Füchschen. Ich möchte, ich hätte gerne Rache. Nö, 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 nö. Oder nicht was? Turm der Liga der Perl-Freunde. Oh, da hinten schläft alles. Schläft alles. Also noch geht's mir gut. Noch wird mir nicht kalt. Kitsun, da unten haben wir noch eins. Da brauche ich, glaube ich, mein Jormunga. Der ist, glaube ich, Wasser. Nein, okay. Lass stecken. Es ist schon wieder kalt. Kann ich denn irgendwie, ich weiß nicht, ein Ding ins Bauen? Oh, regt mich das auf. Wo war denn das Baumenü, mein Gott? Ich spiele momentan noch anderes mit Baumenü, weißt du? Und da sehe ich halt einfach gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie viel, was für eine Scheißrüstung ich brauche, um hier in dieser Miniaturwelt nicht an Kälte zu sterben. Ich weiß es nicht. Wo bin ich denn? Hier. Also, ganz ehrlich, keine Ahnung, was für eine Hoch, was für eine Entrüstung ich brauche, um in so einem Minigebiet, in so einem Kältegebiet, wo die Viecher irgendwie nur Level 30 haben, nicht an Kälte zu sterben. Keine Ahnung, aber mich regt das gerade tierisch auf. Die haben Spaß. Oh, nee, die sind wieder respawn, sehe ich gerade. Ich glaube, der ist tot. Also, die Knarre macht weniger Schaden, als ich erwartet habe. Ja, genau, Kind. Genau. Lasst es einfach, ihr seid zu weit weg. Ach, da war wieder so ein, keine Ahnung, Kerzenviech, oder was das ist? Kälteresistenz. Mich regt das tierisch auf, ne? Mich regt das einfach tierisch auf. Oh, guck mal, ein wildes. Hallo, Freund. Jetzt geh nicht so weit hin, da ist uns Christus schneller eins auf die Fresse, als dir lieb ist. Danke. Da hat man wieder durchgeschossen. Durchgeschmissen. Nicht durchgeschossen, durchgeschmissen. Nichts in der Warteschlange, nichts in der Warteschlange. Ja, dann ist die nächste... Die nächste Stufe. Und die nächste Stufe an Rüstung wird dann halt hier. Ich glaube, das letzte war die hochwertige, genau. Dann müssen wir leider die da lernen. Und die hitzeresistente. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die Peluminiumbarren herkriegen soll. Das ist bestimmt irgendwie, wenn es ein Erz ist, vielleicht irgendwie auch oben in der Kälte oder in der Wüste oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde dann mal googeln. Auf jeden Fall können wir das immer noch knicken. Ich meine, das ist so mega Gehirn amputiert eigentlich. Wir haben schon so eine hohe Rüstung. Sind schon Level 50 und hast du nicht gesehen. Aber nachts im kleinsten Gebiet, wo Kälte oben ist, können wir nicht überleben. Weil bisher keine einzige Rüstung, auch die vorletzte Rüstung, noch nicht genug Schutz bietet, dass wir da nachts rumstehen können. Und wenn hier die letzte Stufe von der Rüstung am Ende auch nicht hilft und man trotzdem Kälteschaden nachts kriegt, dann kann mich das Spiel echt mal am Arsch lecken. Weil ich finde das einfach frech. Frech und unfair. Machen wir mal das. Da haben wir ja ein bisschen was. Aber das finde ich halt echt zum Kotzen. Es tut mir echt leid, das so zu sagen. Aber was soll der Scheiß? Da brauchen sich die Entwickler nicht zu wundern, wenn man irgendwelche Mods aktiviert, wo man diese Probleme halt einfach nicht hat. Weil es nervt einfach. Es behindert einen an der Erkundung und es nervt einfach. Dann gehen wir halt eben. Was wollte ich eigentlich machen? Was? Was hatte ich eigentlich vor? Ach ja, genau da. Die Holzkohle, ne? Holzkohle machen und Schießpulver. Und brauche ich eigentlich nicht, weil diese Knarre sowieso nicht funktioniert richtig. Macht zwar deutlich mehr Schaden als der Bogen, aber... Trotzdem immer noch zu wenig, als dass ich da irgendwas reißen könnte. Deswegen lassen wir die mal arbeiten und wir können dabei wieder erkunden gehen. Wir waren hier fest. Also gehen wir wieder hier hin. Hier, freundet euch mit ihm an. Hau, ha! Mam, Junge! Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Da freut er sich. Ah, ne, warte. Eigentlich wollte ich ja... Wir müssen... Da lang? Fast da lang. Uff. Hier wird immer so ein bisschen schwerfällig. Ach, ich... Auch nicht schon wieder diese scheiß Bienen, Alter. Ich hasse diese Bienen. Ich hasse alle Viecher, die wo einfach auf dich zurennen und instant explodieren. Warum kommt man auf so eine behinderte Idee? Och, wir füllen euch einfach mal ein paar Viecher ein, die sauschwer zu fangen sind. Ist ja genau der gleiche Quatsch wie bei Pokémon, auch hier mit Final und Explosion. Und vor allem immer genau dann, wenn du sie eigentlich fangen willst. Wie viele Shinies mir aufgrund von Explosion und Final schon durch die Lappen gegangen sind, weißt du, will ich gar nicht erwähnen. Und bei, ähm... Und bei WoW mit dem Haustierkampf, da gibt's auch so einen Quatsch. Saftiges grünes Ei, das ist kein Jumbo-Ei. Ich will da alles voll mit diesen scheiß Bienen. Wer will denn diese ganzen Bienen haben? Ich hätte gerne was Neues, das ich noch nicht hab. Oh. Okay. Ich will hier auch gar nicht hin. Ich will eigentlich da runter. So was. Mensch. Oh, da unten sehe ich Schwefel. Oh, da ist wieder ein Logger da drüben. Da könnte man unter Umständen mal gucken, was die sich gefangen haben. Wo sind wir? Hier. Oh Gott. Junge. Du sollst fliegen. Ich will das von hier aus schon sehen. Dass die auch in den großen Gebieten immer diese Mini-Viecher einfach gefangen haben. Das zeigt, wie schwach diese Babsäcke einfach sind. Na? Was ist das? Ich glaube, das ist so ein Strom. Ja, viel Spaß. Ach guck, weißt du, die greifen normal an. Aber zu mir kommen sie immer und explodieren direkt. Ich glaube, das ist so ein Strompell, der wo auf seiner Wolke sitzt. Wenn ich das richtig sehe. Ich weiß, von denen, glaube ich, fehlen uns auch noch einige. Aber, na ganz ehrlich. Mir wäre es lieber, wenn es irgendwas Neues wäre. Oder etwas Nützliches. So ein Doomhut hätte ich noch gerne als Steineknüpple. Guck mal, jede Menge Mosandas. Das sind wieder Pellfreunde. Das sind wieder diese scheiß Affen. Diese hässlichen Affen. Ich bin kein Affenfreund tatsächlich. Ich bin kein Affenfreund. War ich noch nie. Ich bin nicht so affenfreundlich. Ich hasse jetzt keine Affen natürlich. Aber sie gehören nicht zu meinen bevorzugten Tierarten, sage ich mal. Oder zu meinen Lieblingstierarten. Ich finde Affen einfach langweilig, frech, gefährlich und hässlich. Ist halt einfach so. Aua. So. Ach, jetzt sind wir hier. Supi. Gehen wir nochmal da gucken. Da oben ist doch bestimmt wieder irgendein grünes Böppel. Wie viel haben wir eigentlich? 25 haben wir schon wieder. Nice. Ach, guck mal. Hier werden noch die ganzen Sättel aufgelistet. Das heißt, wir brauchen im Grunde von jedem Item davon eigentlich immer nur eins machen. Oh, 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 oh. Da unten ist was ganz Großes. Oh, da unten. Das könnte ein Riesenei sein. Ja, Mensch. Ein Riesenei. Her damit. Das nehme ich natürlich mit. Das dauert doch wieder zwei oder drei Stunden zum Ausbrüten, glaube ich. Aber da kann was richtig Gutes drin sein. Das wäre zumindest schön. Ich wollte gerade sagen, was denn das für ein komisches Pell, aber das ist, glaube ich, nur ein Erzbrocken. Oh, also schon wieder Bienen. Hier sind einfach nur Bienen und hässliche Affen. Was anderes rennt hier gerade nicht rum. Bienen und hässliche Affen. Ja, genau. Und die Mosanders. Bienen, Mosanders und hässliche Affen. Wobei die Mosanders noch die interessantesten von allen, glaube ich, sind. So, dann haben wir hier eigentlich. Dann müssen wir eigentlich nochmal da in die Richtung. Die da. Die da. Und wenn die Folge rum ist, muss ich mal nach dem Peluminium gucken. Wo es das gibt. Das gibt es. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht in der Wüste gibt. Dass das Eislevel vielleicht. Oh, da oben ist noch ein Ei. Dass das Eislevel vielleicht sowas wie das Endgebiet ist. Wo du wirklich die höchste Rüstung, die höchstmögliche Rüstung brauchst. Damit du da halt in Ruhe und Frieden rumgurken kannst. Oh, das könnte auch ein Riesenei sein. Ja. Saftig grünes Riesenei. Olle. Geht das hier weit hoch? So, wo bin ich? Da muss ich nur lang. Ah, hier. Da, wo zum Beispiel das Dörfchen ist. Ich glaube, dann sollten wir uns mal anfangen, hitzeresistente Sachen zu machen. Dass wir vielleicht mal in die Wüste rüber können. Weil da haben wir auch noch eine ganze Menge, was wir noch nicht haben. So, was ist denn da Schönes drin? Das ist schon wieder so ein kleines Drecksviech, das keiner mehr braucht. Toll. Unwichtig. Es tut mir leid, liebes Kerlchen, aber du bist einfach schlicht unwichtig. Uninteressant und unwichtig. Am Anfang war das ja noch richtig cool. Wenn man auch die kleinen Viecher noch nicht hatte. Grünbach. Wenn man auch die kleinen Pelz noch nicht hatte. Und man da praktisch in jedem Dörfchen irgendein neues Pelz gekriegt hat. Kostenlos. Aber so mittlerweile. Wir sind schon in einem etwas höheren Gebiet. Da kann ich doch eigentlich so ein bisschen erwarten, was Gescheiteres zu kriegen. So. Jo, wir haben es geschafft. Oh, guck mal, da leuchtet was grün. Also wenn das hier auch mal ein Pel gewesen ist, dann war das wohl das Legendäre vom Legendären. Oh, guck mal, hier sind wir an der Stelle, wo wir das Kackviech gefangen haben, wo ich so geflucht habe. Ne, 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 ne. So. Sieht halt auch cool aus, ne, wie so eine Sprungschanze hier. Oh, da sehe ich auch was Grünes. An Stellen, wo wir eigentlich, oje, ach, das ist ja der Dingens am Anfang. Das müssten wir normalerweise hier weiter erkunden. Und dann haben wir, glaube ich, die Grund, ne, ne, was heißt die Grund? Aber die mittleren, ich würde mal sagen, ich teile das so auf in schwache Gebiete, mittlere und starke Gebiete. Ne, die schwachen Gebiete sind da, wo du im Grunde anfängst. Ähm, die mittleren Gebiete sind die, wo du das erste Mal durch dieses Tor trittst, ne, wo diese großen Statuen praktisch das Durchgangstor bilden. Und die starken Gebiete sind da hier Eis, Wüste und was es so gibt. Und die kleinen, und ich glaube, die kleinen Gebiete, die haben wir so weitgehend erforscht. Zumal das eigentlich auch nicht wirklich Sinn macht, die anderen Seiten davon zu erforschen, weil überall ja eh das Gleiche rumgurkt. Aber früher oder später sollten wir vielleicht mal den Rest der Map halt nur aufdecken, ne? So, wir fliegen gerade nach oben. Klasse. Wir müssen eigentlich da lang. Und wir sind mal 21 Minuten. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Tschüss.